Der Trasimenische See ist mit 128 Quadratkilometer und einem Umfang von 54 Kilometern der größte See der Abinnenhalbinsel und der viertgrößte Italiens. Er liegt in der Region Umprien nordwestlich von Perugia 259 Meter über dem Meeresspiegel, ist umgeben von bis zu 600 Meter hohen Bergen und bis zu 7 Meter tief. 18 Fischarten leben in dem See. In den Dörfern am Ost- und Südhofer ist der Fischfang noch immer eine wichtige Erwerbsquelle. Geschichtliche Bedeutung erlangte der See durch die Schlacht am Trasimenischen See am 24. Juni 217 v. CHR Hannibal schlug hier bei Sanguineto im Zweiten Punischen Krieg die gegnerische römische Armee unter Gaius Flaminius vernichtend. Der See wird nur von kleinen Wasserläufen, die im Sommer häufig austrocknen, gespeist und hat keinen natürlichen Abfluss. Die verhältnismäßig dünn besiedelte Uferregion hat zum Teil verschilfte Uferlandschaften. In der Geschichte gab es mehrere Versuche, den stark schwankenden Wasserstand zu regulieren. Schon in der Antike bauten die Römer bei San Savino einen unterirdischen Abflusskanal, die Cava, den 1421 Braccio Forte Braci. Später auch die Päpste erneuern ließen, der jedoch im Laufe der Jahre versandete. Immer wieder wurde diskutiert, den See trocken zu legen, um die Malaria zu bekämpfen und neues Ackerland zu gewinnen. Erst der im Jahr 1898 angelegte Abflusskanal zur Kenner schützt den See vor Überschwemmungen. Der geringe Wasserstand in Verbindung mit Überdüngung führt vor allem im Sommer zu starkem Eigenwuchs. Der Trasimenische See ist ein beliebtes Erholungsgebiet Umbriens. Um den See gibt es zahlreiche Badeanstalten, ein großes Angebot an Campingplätzen, Ferienwohnungen, Freizeit- und Sporteinrichtungen aller Art. Die Isola Majora wird von Turro, Passichnano sowie Castiglione der Lago mit regelmäßig verkehrenden Schiffen erreicht. Die unbewohnte Isola Minoe darf nicht betreten werden. Die Isola Polvese ist mit dem Schiff von San Feliciano aus erreichbar. Sie ist zu weiten Teilen ein Naturschutzgebiet. Oberhalb des Dorfes Santac Angelo steht die ehemalige Benediktine Abtei Badia di Santac Angelo. Sie wurde um das Jahr 1000 als Teil eines Verteidigungswalds am Ostufer des Sees erbaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017